Und hier kurz ein Vergleich von diversen Lampen von Imalent, inklusive dem neuen Modell, der jetzt kürzlich gerade erschienen ist. Wir fangen rechts an hier bei der DM35 mit 2000 Räumen, relativ stark fokussiertem Spot, gibt dadurch eine gute Leuchtdistanz mit relativ engen Räumen. Die hat dann etwa zu der MS-03 mit 13000 Räumen, die haben sehr sehr viel Leistung in dieser kleinen Abmessung. Dann können die U10, das Waffenlicht, mit gleich immer noch über 1100 Lumen, die R3010 mit 9000 Lumen, die Lampe ist relativ ähnlich wie die MS-03, hat allerdings eine höhere Leuchtdistanz, hat ein bisschen stärker fokussierter Spot. Dann rüber zu der MS-06W, das ist im Prinzip das gleiche Modell wie die MS-06W, allerdings mit warmweissem Licht, bei der MS-06W haben wir sonst kaltweisse Licht. 25.000 Räumen, die Lampe hat sehr sehr viel Licht, relativ breiter Spot, eher eine breitflächige Ausleuchtung generell bei diesem Modell. Dann können die R6010, die gerade für eine hohe Leuchtdistanz sehr gut geeignet ist. Wir haben sehr sehr viel Licht, 18.000 Räumen und zugleich immer noch eine Leuchtdistanz über 1 km, hat also im Prinzip wirklich sehr viel Licht und auch sehr viel Distanz, gibt das relativ breiter Spot und das gleich immer noch auf eine hohe Leuchtdistanz raus. Dann können die RT90, die noch mal fokussierter ist, noch mal ein bisschen mehr Leuchtdistanz, da haben wir über 1,3 km, mit um die 4800 Lumen, dann können die UT90, die die gleiche Leistung steht wie die RT90, allerdings haben wir eben der RT90 Sacklpack in anderer Form, das kann je nachdem praktisch sein, um es über längere Zeit zu tragen. Hier kommt es natürlich je nach Geschmack vom Kunden, was der beste Gegend ist. Von der Spezifikation allerdings, in Perspektive vom Leuchtkegel her, haben wir hier genau die gleichen Daten, beide gleiche Volumen und auch gleiche Leuchtdistanz, so etwas über 1,3 km, ist alles im Verhältnis. Lumen zur Distanz haben wir hier noch mal ein grösserer Unterschied, also doch noch mal fokussierter Strahl als bei der R6010, allerdings insgesamt weniger Licht. Geht dann hier weiter zum grössten Modell, die ist der erste Lamp aktuell mit 100'000 Lumen, eine super starke Leistung, enorm viel Licht, eine sehr breitflächige Abstrahlung und zugleich immer noch in höheren Stufen eine sehr gute Leistung, auch noch in die Distanz raus, sehr sehr viel Licht, 100'000 Lumen bei der MS-18. Es gibt noch die X-80, die ist aktuell nicht hier auf dem Video, aber auch dort hier sind noch 2'000-30'000 Lumen vorhanden, sehr sehr viel Licht und auch die X-80 ist sehr sehr gut geeignet gerade für Suchaktionen und generell einfach eine grossflächige, breite Beleuchtung, plus auch noch eine gute Distanz, haben wir bei diesem Modell auch gerne. So sieht es aus aktuell bei den Lampen von Imalent. Ihr findet weitere Daten auch zu all diesen Modellen direkt unter imalent.ch oder natürlich im Onlineshop unter www.muelleraltor.ch. Besten Dank für das Zuschauen, jetzt freue ich mich auf eure Nachricht, eure Kommentare oder natürlich auch direkt auf eure Bestellung. Merci und bis zum nächsten Video.